hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ja beim letzten mal beim abspann habe ich ja bereits angekündigt dass ich noch die museumsquest falls das jetzt eine richtige quest ist und den prolog machen werde damit werden wir jetzt heute anfangen und zwar mit dem prolog okay wir sind draußen es ist kalt haben wir teddy dabei nein wir haben teddy nicht dabei wir sind anscheinend raus gelaufen was war das sind wir wirklich raus gelaufen sind das unsere fußspuren oder nicht irgendwie so ein bisschen seltsam weil die fußspuren nämlich nach hier vorne hin was wird hier richtig was ist jetzt und wir sind wieder im bett erwacht aber hier drinnen also in der wohnung ist es am schneien warum ist es hier am schneiden weil das fenster offen ist okay können wir da rausklettern können wir und ich würde die komischen geräusche aber ich will trotzdem hier hoch kann mich da nicht hoch momentan wir irgendwas zum schieben oder so ach so ja oder wir nehmen einfach die treppe und jetzt liebe eule hier ist das fenster nicht ganz zu ne genau oder schnee ist direkt weg also je wärmer es ist umso happier ist die eule monster mögen es nicht wenn es schön ist okay das macht mir jetzt doch etwas sorgen kann ich dich mitnehmen äh offensichtlich nicht moment habe ich die ah okay also die anderen haben sich alle versteckt und sind äh sind ähm ängstlich also sind erschrocken ist hier noch irgendwas was wir machen können oder ich meine im spiel war es ja so was ist das denn hier alles wir räumten hier bitteschön das zimmer auf so spiel war es ja so dass wir bilder gucken konnten okay da ist so ein komisches ja schildkröten monster keine ahnung was das ist mit seinen freunden mit mädchen in der eule und drei anderen komischen gestalten okay hier habe ich anscheinend eine köstliche tee party gefeiert hat aber wir sind nicht mehr der junge vom ersten teil wobei ich mir nicht sicher bin also ich sehe genauso aus wie der junge vom ersten teil aber das ist doch nicht unser zimmer ich meine elemente sind die gleichen das sind hier die diese diese ganzen kleinigkeiten der hier ist zumindest dieses flugzeug ist gleich diese bauklötze sind gleich schaufelchen und so wobei das natürlich jetzt auch zufall sein kann ich glaube aber auch der schrank wäre gleich ich bin mir jetzt nicht sicher ja gut bett kann ich jetzt nicht sagen ob es genau das gleiche ist aber auf jeden fall die spieluhr die hatten wir auch im ersten teil wobei die jetzt wahrscheinlich nur story basierend hier drin war das soll wahrscheinlich bedeuten dass wir später noch da hochklettern können warum auch immer aber ich will jetzt auch das licht nicht ausschalten also ach nee ach ich bin ja auch so blöd die tür ist doch bestimmt was heißt bestimmt die tür ist abgeschlossen so okay da ist alles dunkel das gefällt mir schon mal gar nicht dass ich mich hier direkt verstecken kann gefällt mir auch nicht hier dahinten geht es noch weiter das relativ offen hier weiß ich nicht was das sein soll also es sieht irgendwie alles so ein bisschen aus wie so eine holzhütte mitten im schnee vielleicht haben wir hier mal urlaub gemacht oder so da kommen wir noch an den schrank da ist nichts drin aber es hört sich schon wieder gar nicht gut an hallo habe ich da hinten jetzt was schwarzes gesehen ich bin mir jetzt nicht sicher aber nachdem ich jetzt weiß dass das baby dann ja gefangen wird möchte ich natürlich jetzt lieber nichts riskieren ich meine nämlich genau da hatte ich gerade etwas schwarzes gesehen was sich irgendwie so materialisiert hat oder so hat das die tür offen warum ist da die tür offen ah okay also da haben wir das gleiche können wir hier drunter können wir nicht drunter wieso stehe ich jetzt eigentlich schon wieder können wir da doch drunter okay wir können da drunter oh mama ist in der kälte mama ist in der kälte eingefroren das ist eine erinnerung okay hier komme ich drunter das ist schon mal gut vor allem höre ich jetzt gerade wieder irgendwas komisches also da hinten müssen wir auf jeden Fall hoch aber aber achso hier ist was zum können wir den verschieben durch den schnee dann komme ich da so schon dran dann komme ich da so schon dran hallo da oben ist er okay entweder kriege ich es nicht zu ach da hinten muss ich auch noch zumachen dann das ist jetzt meine schritte gerade ich bin mir nicht sicher ähm die frage ist kriege ich das ding jetzt dahin oder kann ich da die schubladen vielleicht aufmachen die schublade ist schon auf da kann ich nichts aufmachen da kann ich auch nicht nicht hochklettern okay das sind offensichtlich meine schritte ach ja ich verstehe ich verstehe oh da spielt da liegt ein messer das ist natürlich ganz toll so so cold ja 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 ich bin ja gleich da aber wieso kriege ich das nicht zu jetzt happy 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 was macht dich denn glücklich kleiner mann äh was macht mich denn glücklich keine ahnung hm muss das hier in dem raum sein oh oh kommt da was oh da war gerade was ja ja ich weiß schon warum ich so vorsichtig bin in diesem spiel aber was ist jetzt mit der happiness ähm ich muss ja ist jetzt weg oder 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 patrouilliert die jetzt hier irgendwo ich meine ich höre sie noch hilft jetzt alles nichts was ist das was ist das war das jetzt der kühlschrank ähm ich will halt nicht dass wir jetzt nochmal gefangen werden das ist jetzt das problem ich habe ja das gefühl dass das lauter wird also das ist jetzt der ist jetzt nicht zugeknallt meine stimme verabschiedet sich auch schon sie möchte gar nicht mehr wissen wie es weitergeht ok 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 hab ich da gerade ein spieluhr oder sowas gehört hab ich da gerade ein spieluhr oder sowas gehört ach das radio bestimmt das ist so komisch am flackern ok reicht das schon? ich weiß es nicht das reicht schon ok ah perfekt du bist ein fuchs ich habe mich dich noch gar nicht so richtig angeguckt ok also scheinbar müssen wir jetzt hier von zimmer zu zimmer mehr oder weniger durchgehen und überall die fenster schließen und ähm unsere freunde suchen zwei haben wir schon mal ok ok die frage ist nur wo müssen wir jetzt hin und was müssen wir da machen und warum liegt das ding hier so im weg äh das ist ja doof dass man da nicht schon mal klettern kann kommt da jetzt was? also da läuft doch was rum ich meine nicht dass man uns hier nicht sehen könnte ne ich meine die Rillen sind ja groß genug hier hm wird das mal lauter wird das mal lauter es wird aufdringlicher auf jeden Fall es wird aufdringlicher auf jeden Fall das Geräusch das gefällt mir gar nicht oh das gefällt mir gar nicht ok ok also das war jetzt eine Erinnerung aber die Fenster sind zu wenn ich das richtig sehe also muss ich hier gar nicht rein theoretisch praktisch habe ich ja keine Ahnung oh 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 du siehst mich nicht wenn ich ganz offensichtlich wenn ich ganz offensichtlich unterm Tisch stecke dann siehst du mich nicht ok kommt denn doch Schnee rein? ne oder? aber wieso ist der jetzt so ausgerastet als ich das wegschieben wollte ja ich wollte eigentlich nur ein bisschen Platz haben ähm mal gucken das hört sich jetzt irgendwie komisch an ja und dann Ich weiß nicht, ob da irgendwo was offen ist. Hier ist nichts offen gewesen, meine ich. Oh, oh, oh. Lauf. Geh da durch. Geh da rein, Mann. Was macht dieses blöde Kind? Oh. Ich meine, ich wäre jetzt eh schon geschnappt worden in der Zeit. Ach, da hinten bist du. Eine Puppe. Okay. Okay, also da vorne muss ich hin. Das mag der... Ja, wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass es ja die Mutter war. Ich sag jetzt aber trotzdem mal das Monster. Das Monster mag das so gar nicht. Wenn ich da in die richtige Richtung laufe. Hallo Puppe, ich kann dich auch so schon rausnehmen. Na gut, dann halt nicht. Ähm... Kommt da jetzt was? Kommt da jetzt was? Mist, oder? Doch, ich hab's doch ganz zugemacht. Aber was ist jetzt das Glückliche in diesem Raum? Da blinkt auch nichts, ne? Oder hat die Kassette gerade geblinkt? Die blinkt. Das Geräusch gefällt mir gerade gar nicht. Patrouilliert die jetzt nochmal hier durch? Okay, es ist das Gute. Ähm, ja. Genau. Hallo Puppe. Du siehst ja gar nicht so böse aus. Dich nehm ich mal mit. Okay. Also drei haben wir jetzt schon. Ich glaube es waren vier, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.